Einen wunderschönen guten Morgen Trader, zweiter Handelstag der aktuellen Woche, verkürzte Woche. Wir wissen es ja, Donnerstag haben wir einen freien Tag und der ein oder andere nimmt vielleicht sogar den Freitag als Brückentag und hat vielleicht ein bisschen mehr Zeit zum Trading. Deswegen gibt es am Freitag auch eine ausgedehnte Analyse Session. Wir starten da um 8.30 Uhr mit der normalen Besprechung der Handelsideen und danach dehnen wir das Ganze aus. Schau mal rein, was es alles so an den Märkten gibt. Gerne auch viele, viele Fragen technischer Natur, wie ich trade, welche Handelssymbole, Wunschmärkte besprochen werden sollen. All das am Freitag in einer Open Session. Das Ganze hier schon mal jetzt in Vorab-Ankündigung und wo wir gerade dabei sind. Auch guten Morgen an alle, die hier live zuschauen und haben natürlich auch die Möglichkeit oder da lade ich Sie auch dazu ein, direkt Fragen in die Chats zu stellen auf GoToWebinar und auch auf Facebook. Und wir gehen jetzt rein in die Märkte DAX, das Cable, also britisches Pfund, US-Dollar und den Hang Seng mit einer schönen Umkehr im Trend. Zumindest gestern angedeutet. Mal schauen, was der Markt daraus macht. Das alles gleich in den Live-Chat-Besprechungen. Besprechungen zuvor natürlich, wie immer, der wichtige Risikohinweis, bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit CFDs und Devisen auf Margen, der kann zu Verlusten führen. Das dazu und dann gehen wir in die Tagesnachrichten. Die Liste ist ziemlich lang und bei den Tagesnachrichten, da gab es gestern interessante Nachrichten auch vom Ölmarkt. Der Ölpreis ist ja gestern auch ordentlich unter Druck geraten. Also wir merken, Nachrichten bewegen Märkte, deswegen schauen wir hier auch immer mit drauf. Bekommen, heute haben wir schon Daten aus Großbritannien und zwar den Nationwide House Price Index. Wir sehen es hier, der ist schlechter ausgefallen, als das Ganze erwartet worden ist. Um 8 Uhr bekommen wir, nein in 8 Minuten, so rum, also halb haben wir das glaube ich bekommen. Um 8 Uhr, wo ich die Vorbereitung gemacht habe, war noch ein bisschen Luft. Die Einzelhandelsumsätze der Schweiz stehen hier da, das habe ich heute nur drin, weil wir ja auch immer wieder Schweizer Währungshändler hier mit dabei haben. Um 9.30 Uhr gibt es dann den Einkaufsmanagerindex, auch sehr sehr wichtige Daten. Wir sehen hier auch die Prognose etwas rückläufig im Vergleich zum Vormonat. Mal schauen, was da raus wird. Um 9.55 Uhr gibt es dann den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe hier bei uns in Deutschland. Auch da, wir sehen es aktuell, die Prognose eher rückläufig im Vergleich zum Vormonat. Da kann auch mal eine positive Überraschung kommen. Mal schauen, was ist auf alle Fälle. Diese Zahlen bekommen wir um kurz vor 10. Gleiches Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe gibt es dann um 10 Uhr aus der EU. Auch hier die Erwartung etwas rückläufig bei 45,6 Zählern. Britannien liefert uns den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe um 10.30 Uhr. Und dann gibt es den Verbraucherpreisindex in der Kernrate hier um 11 Uhr aus der EU. Das ist der Vormittag. Damit ist heute aber noch nicht Schluss, sondern wir machen weiter. Am Nachmittag in den USA um kurz vor drei und viertel nach drei sprechen zwei FOMC-Mitglieder. Um 15.30 Uhr dann eine Rede von FED-Mitglied Bowman. Um 15.45 Uhr kommt dann der Einkaufsmanagerindex aus den USA. Das Ganze hier für das verarbeitende Gewerbe. Der Rundumindex gibt es dann um 16 Uhr. Diese Daten haben wir auch hier und wir sehen auch hier entsprechend die Prognosen hier leicht ansteigend. Um 18.45 Uhr dann eine Rede von EZB-Präsident Draghi. Obacht! Immer schön auf den DAX und den Euro gucken. Wobei der DAX ist da ja schon aus der regulären Handelszeit raus. Um 19.30 Uhr gibt es eine Rede von Bundesbank-Präsident Weidmann. Und dann kriegen wir wieder einen kleinen Einblick in die API Rohöl-Lagerbestände. Und die haben ja in den letzten Wochen auch immer ganz guten Einfluss auf die Entwicklung am Rohölpreis gehabt. Das Ganze hier. Guten Morgen Olaf. Guten Morgen Tom. Also wir schauen jetzt mal rein in die entsprechenden Charts und wir sehen hier an dieser Stelle erst einmal hier den Chart vom britischen Pfund US-Dollar. Ich habe es im Blog geschrieben. Das Währungspaar steht momentan an einer wirklich sehr entscheidenden Stelle. Und so wie es momentan ausschaut, will er nicht so richtig hoch. Aber wir fangen mal von vorne an. Wie komme ich auf die Idee, dass wir hier eine entscheidende Stelle haben? Gestern, schaut euch mal diese Kerze an. Das war eine Umkehrkerze. Das ist Nummer 1. Das sehen wir hier. Das heißt, die Kurse sind deutlich nach oben gelaufen und danach aber auch deutlich wieder zurückgekommen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir befinden uns hier in einem Unterstützungsniveau, in einem leichten Unterstützungsniveau. Ich nehme mal kurz die runden Marken raus, damit wir sehen können. Hier, dieser Bereich, als der Markt hier über die 1,229,50 drüber gelaufen ist, der hat schon ein bisschen Beachtung gehabt hier in diesem Bereich. Und hier halten wir uns auch auf. Von der Seite her war die Verortung schon gar nicht so schlecht. So, jetzt haben wir das eine erstmal rundum aufgebracht. Wir sehen im Chart auch, wir haben Potenzial zur Oberseite und Potenzial zur Unterseite. Das ist auch gut und gerne schön zu sehen. Aber, und jetzt kommt es darauf an, was der Markt weitermacht, da blicken wir mal in die Stunde rein. Was haben wir gestern gesehen? Wir haben gestern gesehen, dass der Markt doch aufstrebend erst einmal nach oben gelaufen ist. Und, wenn wir das Bild etwas kleiner machen, sehen wir, was hier passiert ist. Er ist schon schön deutlich auch nach oben gestrebt, hat also eine leichte Aufwärtstendenz gemacht. Und hier unten, um die Marke von 1,227, naja, 5,5 hier in diesem Bereich, also hier. Da will er momentan noch nicht so richtig drunter. Und das ist jetzt der Fakt, auf den es ankommt. Wir haben hier das Tagestief von gestern und wir haben ihn hoch oben drüber liegen. Und wenn wir jetzt tatsächlich es schaffen, oben drüber zu laufen, dann haben wir die Chance, ein paar obere Werte anzulaufen. Das ist der eine Faktum. Deswegen habe ich gesagt, es ist eine entscheidende Marke, wo er jetzt steht. Bricht er einfach unten drunter durch. Dann setzt sich dieses Bild nach unten fort und wir müssen uns definitiv auf der Unterseite orientieren. Deswegen hier der wichtige Drehpunkt. Also wir haben Chancen nach oben und Chancen nach unten. Je nachdem, auf welcher Stelle der Markt sich jetzt entscheidet. Wie schon gesagt, ein Bruch zur Unterseite hin hat dann zur Folge hier die Punkte anzulaufen. Schön die Korrekturtiefs, die wir im Stundentrend sehen, nach unten hin. Erst einmal hier drüben die Marke um 1, 22, 3, 2, 5. Also dieser Bereich hier. Hier drüben haben wir den Bereich um die 1, 22, 1. Und dann haben wir hier nächstes Low im Stundenaufwärtsschub bei 1, 21, 6, 2, 3. Das sind die Marker, die wir definitiv auf der Unterseite haben. Wie schon gesagt, wenn es nach oben geht, müssen wir erstmal hier über dieses Spike hoch oben drüber. Das haben wir so um die Marke von 1, 23, 4, 5 in diesem Dreh rum. Und dann haben wir nach oben hin auch ein paar Marker liegen. Wir sehen es hier. Dieses kleine Hoch bei 1, 23, 6, 4, 5. Dann haben wir hier die 1, 23, 800. Und interessant ist dann auch dieser Bereich hier, den wir liegen haben, wo auch so ein kleiner Schwingbereich war hier unten, wo er immer wieder hochgekommen ist. Das ist so die Marke 1, 24, 1, 24, 1, 50. So hier in diesem Drehbereich rum durchaus Potenzial zur Oberseite. Aber momentan ist noch keine Entscheidung gefallen. Das ist wichtig. Es ist ein Drehpunkt. Und was hier passiert, ist das, was dann häufig wirklich ausschlaggebend ist. Und wenn wir uns das ganze Bild mal noch auf dem Tagesschart anschauen, es kommt schon relativ stark von oben runter. Aber diesen guten Schub hier, den dürfen wir halt nicht außer Acht lassen. Das heißt, wenn wir uns das Gesamtbild einfach mal anschauen, dann sehen wir halt auch, dass dieser Abwärtstrend hier nochmal korrigiert hat, noch ein neues Low gemacht hat. Und diese Bewegung, die hat den Abwärtstrend schon rausgenommen. Also die Long-Geschichte ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass hier oben in diesem Widerstandsband, das nicht einfach durchschritten wird, war auch klar. Wir haben ja darüber gesprochen, als wir unten rausgekommen sind, dass wir die Chancen haben. Da konnten wir gutes Geld mitnehmen. Und jetzt stehen wir halt auf der Unterseite. Und jetzt ist halt wirklich die Frage, wie tief läuft diese Korrektur dieser starken Gegenbewegung noch? Und laufen wir tatsächlich bis unten rein oder nicht? Und die Tiefe, ob die Tiefe jetzt weitergeht oder ob wir tatsächlich nach oben drehen, das wird hier und jetzt entschieden in diesem Bereich. Und das ist der Punkt, weshalb ich sage, hier aktuell ein guter Fakt, um hinzuschauen und die entsprechenden Setup-Planung auch zu machen. Gerhard, moin und wir machen weiter mit den Indizes. Und zwar schauen wir erstmal eben rüber in den Hang Seng. Hier haben wir es schön mit am Laufen. Ein sehr, sehr interessantes Chartbild, was wir jetzt hier haben. Heißt also, wir haben hier aus rein technischer Sicht einen schönen, schönen, schönen Aufwärtstrend. Der ist hier gut zu ersehen. Auch hier mache ich nochmal die runden Marken raus. Die brauchen wir jetzt für die Chartanalyse an dieser Stelle nicht. Heißt also, schöner Aufwärtstrend. Was wir hier haben, ist eine sehr, sehr schöne Korrektur innerhalb dieses Aufwärtstrends. Wir sehen, wir laufen hier wie am Schnürchen runter. Das ist ein schöner Abwärtstrendkanal, dessen Verlauf wir auch sehr gut in der Stunde sehen. Wir schauen uns das gleich nochmal an, an dieser Stelle. Das heißt, hier sehen wir den Ablauf nach unten ganz klar und deutlich. Und gestern sind wir schön nach oben rausgeschoben. Das heißt, wir haben diesen Abwärtstrend gebrochen. Und das gibt uns jetzt natürlich die Chance, weiter nach oben zu streiten. Das heißt, geht es tatsächlich hoch, dann können wir uns hier an den Tageshochs orientieren. Das sind übrigens auch die Swing-Highs in diesem Abwärtstrend der Stunde. Das heißt, wir haben nach oben als ersten Anlaufpunkt mal hier die Marke von 26.227. Das wäre dieses Hoch. Hier haben wir einen Hoch mitten in diesem Band hier oben drin, wo der Trend damals auch entstanden ist. Die 26.400 und dann hier schon das nächste bei 26.514. Nach unten hin der Blick. Der Markt ist natürlich auch unterstützt. Erst einmal hier ganz klar am aktuellen Trend tief bei 25.200 Zählern. Und dann hier, wir sehen es, da gab es ja, als dieser große Schub hier begonnen hat, auch nochmal eine trendige Phase. Da haben wir hier unten die 25.400 Punkte Marke gehabt, als der Markt aufgedutzt ist. Auch das ist nach unten noch da, weil man muss ja das Ganze auch zur Unterseite mit betrachten, falls wieder alles in sich zusammenbrechen sollte. Anzeichen dafür gibt es momentan, zumindest hier in diesem Chart noch nicht. Aber man muss ja damit rechnen. Das wäre dann natürlich gegenläufig zu dem positiven Tag, den wir gestern hier gesehen haben. Und ja, stellt das Bild wieder ein bisschen in eine andere Richtung. Jetzt schauen wir einfach mal in den Stundenchart hinein. Da sehen wir nämlich sehr, sehr schön, was ich damit gesagt habe oder was ich damit gemeint habe. Hier unten, ich mache mal das letzte Stück oder das letzte bisschen vom Trendigen Markt hier rein. Wir sind hier runtergelaufen. Wir sind dann etwas in die Korrektur reingelaufen. Ganz normal dieser Bereich hier unten war es auch ein bisschen spiky, immer mal unten drunter. Also hierbei sowas nicht immer direkt auch festnageln auf so einen Spike, sondern das große Bild mit in den, sage ich mal, in die eigene Meinungsbildung mit einbieten beziehungsweise in die eigene Chartanalyse und dann einfach sehen, wo sind denn wirklich faktische Punkte. Und wir hatten bis hier hoch die Korrektur und dann lief es halt hier runter und fertig ist. Hier der schöne Schub nach oben, der hat erst einmal zum Bruch dieses Trends geführt. Und wenn so ein Trend gebrochen ist, das wissen wir ja, dann haben wir durchaus auch die Chance, dass sich ein Gegentrend bildet. Und das, was wir hier sehen wollen und auch müssen, ist die Tatsache oder der Fakt, sage ich mal, dass wir definitiv aus der Korrektur, die wir jetzt hier sehen, aus der leicht nach unten laufenden Korrektur, natürlich rauskommen müssen. Und dann hier, wir sind ja jetzt nach unten gelaufen und das optimale Bild schaut dann halt so aus. Was heißt das optimale Bild? Für die Long-Situation gibt es ja nur das eine Bild, dass wir wieder hier nach oben streben, damit dann einen Aufwärtstrand bilden und dann können wir schön die oberen Leitungen, Leitungen sage ich schon, die oberen Marken, also hier, als der Markt schön runtergestrebt ist, das sind dann die Level, die wir schön nach oben mitnehmen können, hier dann in Richtung zwischenhoch bei 27.388 Zählern. Wo das Ganze hier nach oben dreht, ja, das weiß ich natürlich nicht, ob es jetzt direkt nach oben geht oder noch etwas weiter nach unten geht. Wichtig wäre für die jetzt aktuell laufende Phase hier, dass wir kein neues Tief machen, sondern vorher rumdrehen und dann schön nach oben auch durchstarten können. Das also im Hang Seng und damit gehen wir in den DAX. Holger, auch dir einen schönen guten Morgen. Danke für die Grüße auch von dir. Hier haben wir ihn, den Lieblingsindex vieler, vieler Trader. Und damit gucken wir uns einfach mal das aktuelle Geschehen an. Wir haben ja schon häufig über den DAX hier in letzter Zeit auch gesprochen. Wir haben gesehen, nach dem schönen Schub gab es eine schöne hohe Konsolidierung hier zwischen 12.490 und grob über den Daumen 12.310 Zählern. Hier unten ist er dann kurz drunter gelaufen, hat aber in diesem Supportbereich hier um die 12.157 Zähler 75 direkt wieder nach oben gedreht und läuft jetzt einfach gut nach oben. Mittlerweile stehen wir hier oben bei 12.490 und das ist ein wirklich schönes Bild, ein bärisches Bild, ein bullisches Bild, was wir hier sehen. Die Bären haben aktuell wirklich keine Chancen. Hier kommt es jetzt darauf an, was hier oben passiert. Wuppeln wir direkt oben drüber, also knacken wir diese Marke weg, dann haben wir nämlich schön die Chancen offen, hier in die nächsten Widerstandsbereiche reinzulaufen. Die kommen hier drüben von den Marken aus der ehemaligen Schulterkopf-Schulterformation knapp 12.600 und 12.659 Zähler. Das wäre erst einmal das, was wir durchaus kurzfristig nach oben auch noch mitnehmen können. Das finde ich zumindest ist doch ein sehr, sehr interessanter Bereich, den man hier an dieser Stelle auch mal mitnehmen kann. Das heißt, nach oben hin wird es wirklich interessant, wo es hier hinläuft. Und wenn wir uns Korrekturlevel aussuchen, falls der Markt doch noch mal kurz leicht nach unten durchatmet, dann schauen wir uns kurzfristig mal kurz noch in der Stunde um. Oh, so viele kurzes. Also wir sind hier in die Stunde schön reingelaufen. Hier unten haben wir hochgedreht und dann ist der Markt hier fein nach oben reingetrentet. Und den letzten Schub, den sehen wir, naja, so ein bisschen zögerlich. Das wird immer kleiner, immer enger hier mit am Laufen. Und das ist jetzt natürlich so eine Geschichte, sollten hier wichtige Stopplevels liegen, dass es schon nach unten deutlich gehen kann. Wenn wir mal von einem Supportlevel ausgehen, was wir hier mit finden wollen, dann schauen wir hier einfach mal. Da haben wir nämlich eins liegen, untergeordnet. Ich mache es mal ganz kurz hier an dieser Stelle auch in Magendarfarbe, dass man es sieht. Also hier war ja der Ausbruch, wenn ich das mal so zeigen darf. Also dieser Schub hier ist die letzte Bewegung hier. Ich zeichne mal ganz kurz diesen Trend auch mit ein, den wir schön nach oben laufen haben. Und das gibt uns einfach die Chance mal zu sehen, wie immer, wie die Marktteilnehmer sich hier verhalten haben und wo wir Absicherungslevel liegen haben, die wir im Falle eines Rückläufers auch anlaufen können. Und die liegen hier in dieser Natur. Ich zeichne es mal ganz kurz nach oben. Also schön, die Schwünge hier mit reinzunehmen, um das Ganze nach oben auch zu traden. Und dann zeigt sich auch schon relativ gut, wo wir, ja sage ich mal, Unterstützungslevel auch mit haben. Und die haben wir dann da. Und das, was wir hier jetzt an dieser Stelle sehen, das ist die Bewegung. Das ist die Bewegung dieses Stundentrends, die hier so ein bisschen hin und her schwingt. Also wenn wir jetzt mal kurz in die 15 Minuten gehen, wird es klarer. Also das hier, das ist der Bewegungstrend, den wir in der Stunde sehen. Und der ist hier oben relativ flach. Und wie schon gesagt, die Korrektur des Ganzen fängt an, wenn dieser Trend hier, dieser Bewegungstrend gebrochen ist in den 15 Minuten. Und da haben wir dann schön die Anlaufpunkte im Chart liegen, die wir hier in der Stunde auch sehen. Also erst einmal natürlich hier der Bereich dieses Ausbruchlevels. Hier könnten durchaus noch Orders von Tradern liegen, die hier nicht eingestoppt worden sind, sondern die Limits noch liegen haben. Und dann der nächste Wert, den wir durchaus auch mit in die Planliste reinnehmen können, ist hier unten wieder dieser Bereich um die 12.300 Punkte Marke. Das, was wir hier im Chart auch mit sehen. Das ist der Blick in den DAX und das, was er uns hier verrät. Wie schon gesagt, im großen Bild. Es ist wieder schön zu sehen, dass er dynamisch nach oben läuft. Und die letzten Tage waren auch schöner Anstieg, schön nach oben gesehen. Da lief der DAX deutlich interessanter, als das die US-Indizes gemacht haben. Und wenn wir mal ganz kurz rüberschauen in den DAO beispielsweise, hier sehen wir es. Da ist ja eher noch im korrektiven Modus, da sieht das Bild vom DAX schon ganz anders aus. Wenn wir das mal sehen, der DAX steht ja schon wieder hier oben in diesem Bereich, wenn man das mal mit dem DAO mit festsetzt. Das heißt, dort ist der DAX momentan etwas besser in der Up-Performance. Von der Seite her ist das, wie es ist. Und das ist ja schön, das können wir hinnehmen. Deswegen haben wir hier auch so ein tolles Portfolio bei Ticmel, was wir traden können. So, gut. Jetzt schaue ich mal in die Fragefelder rein. Ich hoffe, ich übersehe heute nichts. Was ich jetzt aktuell sehe, ist, der Olaf fragt einen Blick aufs Gold, bitte. Okay, das mache ich natürlich gerne. Gehen wir mal in den Goldschad rein. Gold haben wir ja gestern besprochen. Und es ist immer wieder schön, wie gut Szenarien auch anlaufen können. Und Gold stand ja auch gestern noch an einer wichtigen Schwelle. Und der Markt hat sich halt dazu entschieden, diese Schwelle nach unten auch rauszunehmen. Das heißt hier, gestern Morgen haben wir ja darüber gesprochen, dass der Markt hier unten reingelaufen ist, an diesen Support hier unten ran. Und es da zunächst erstmal so ausschaute, als wenn er noch nicht ganz klar war, ob er tatsächlich nach oben oder nach unten laufen wird. Und dann, das hatte ich gestern auch gesagt, kommt dieses Spiel mit der Korrelation zu den Aktienmärkten wieder in den Fokus. Wenn die Aktienmärkte steigen, dann fällt der Goldpreis. Und das ist das, was wir momentan sehr, sehr gut sehen können. Und das funktioniert auch hier an dieser Stelle. Das heißt, was hier und jetzt passiert es ist, dass dieser Abwärtstrend, den wir hier in der Stunde sehen, der ist weiter intakt. Und wir sind jetzt weiterhin unterwegs nach unten. Ich hatte ja gestern auch die Support Level hier unten genannt. Diese Ausbruchsbereiche, die hier auch relativ eng aneinander liegen, da könnte es demnächst zu unterstützenden Maßnahmen kommen. Das heißt, dass wir hier so einen kleinen Rücklauch auch gekommen sind. Der Tag ist auf alle Fälle jetzt wieder absolut in der Schurtrichtung unterwegs. Wir haben hier dieses Support Level rausgenommen. Wir schreiben hier für diesen Abwärtstrend neue Tiefs, auch wenn es hier mal kurz nach oben ging. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal für das kurzfristige Trading auch anschauen, dann sehen wir einfach hier dieses kurze Inhalten vor diesem Support. Das war hier, was wir gesehen haben, das war hier sozusagen vom, was war es gewesen, hier drüben der 27.09. Dann liefen wir runter. Dann hat es hier noch ein bisschen mal kurz gezögert. Und dann kam einfach dieser starke Rutsch nach unten. Und das ist halt einfach das, was wir gesehen haben. Das heißt, als wir gestern Morgen hier gesprochen haben, das waren ja diese Zeiten, da waren wir noch leicht unten drunter. Und jetzt sehen wir halt, der Abwärtstrend setzt sich einfach sehr schön fort. Hier haben wir es liegen. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Jetzt sind wir in der Stunde aktuell ein ordentliches Stück in die Bewegung reingelaufen. Jetzt muss man mal sehen, wie weit es läuft. Der Markt steht relativ nahe hier drüben an diesem Support. Ich mache es mal kurz etwas kleiner. Hier diese erste Marke, die ich eingezeichnet habe, um die 1455 Dollar hier. Wenn es dann hier rumdreht, das wäre von der Verordnung auch interessant, einen kurzfristigen Rückschub zu bekommen. Das heißt, dass diese Bewegung des Stundentrends, den wir jetzt hier drinnen haben, weiter etwas nach oben korrigiert. Wir dann rumdrehen und dann den nächsten Schub nach unten sehen. Das sind Möglichkeiten, die wir hier an dieser Stelle haben. Wie schon gesagt, dieser Trend hier, also dieser hier nach unten, der ist schon relativ weit gelaufen momentan. Da muss man mal schauen, was hier mit kommt. Also wer jetzt den Stundentrend als Richtungsgeber nimmt, da würde ich persönlich sagen, erst einmal abwarten, bis hier ein Muster zur Umkehr kommt, dass die korrektive Phase anfängt. Und dann könnte man möglicherweise die Korrektur traden, für den kurzfristigen Bereich bitte nur. Das heißt, das muss man sich da mal in den 5 Minuten beispielsweise anschauen, dass man einfach sieht, wie das Ganze sich hier entwickelt. Da zoome ich mal kurz rein, dass wir es besser sehen können. So, also was wir jetzt hier sehen, ist natürlich der Abwärtsschub nach unten hin. Das heißt, das ist die Korrektur der Stunde gewesen. Und hier haben wir es gesehen, hier fing dann der Trend in den 5 Minuten an nach unten zu laufen. Das ist das, was wir hier jetzt sehen. Und wenn wir hier jetzt den Gegentrend bekommen, dann fängt die Korrektur der Stunde an. Und dann könnte der kurzfristige Trader unter Umständen sagen, okay, wir handeln jetzt den Wert nach oben. Hier oben in diesem Bereich haben wir das letzte Level, also hier oben, da oben ist der Deckel momentan drauf. Da war das letzte Korrektur in der Stunde. Und diese Korrektur hat halt Chancen, nach oben dann zu laufen. Dann haben wir hier im Stunden, im 5-Minuten-Chart Level liegen, wo wir durchaus ranlaufen können bis da hoch. Das war es gewesen. Für die Planung in den Kleinsten, für die Korrektur sollte sie tatsächlich einsetzen. Auf der anderen Seite, selbstredend, wenn es dann von oben irgendwann wieder als die Umkehr kommt, dann haben wir die Chance, zur Unterseite mit reinzulaufen. Und dann handeln wir sozusagen wieder in Richtung der Stunde, wer die Stunde als Richtungsgeber nennt. Und dann haben wir halt gute Chancen, hier in Richtung dieser starken Abwärtsdynamik weiter zu traden. Und dann, wenn wir das ganze Bild in die Tagesbasis einordnen, hier unten reinzulaufen, in das nächste Support-Level um die 1.455, 1.453 US-Dollar für die Feinunze. Das dazu. So, dann kriege ich noch die Frage, aber der Dow ist auch bald wieder oben, oder? So, das kann passieren. Ich habe absolut keinen Plan, was mit dem Dow ist. Wir sehen halt, die US-Indizes an sich sind momentan noch im Korrektur-Modus. Das heißt, wenn man das ganze Bild hier mal anschaut, die Stunde, wenn wir uns den Stundentrend mal anschauen, er läuft halt weiter, noch nach unten. Wir haben ja hier oben das wichtige Level. Wir gehen mal kurz in die Stunde hier rein, in Dow. Da sehen wir es relativ gut. Moment, jetzt muss ich mal kurz etwas kleiner zoomen. dass wir hier an einem wichtigen Punkt stehen. Das heißt, hier oben ist das letzte Korrektur hoch. Ich, warte mal, ich nehme die mal kurz rüber hier. So, mache ich mal hier runter. Das heißt, wir sind hier unten wieder in diesen alten Tiefbereich reingelaufen. Rein technischer Natur haben wir jetzt natürlich ein leicht höheres Tief hier an dieser Stelle gemacht. Also dieses Tief war etwas höher als dieses Tief. Das ist diesen Spikes auch gegeben. Das ist faktisch jetzt so, wie es ist. Wichtig ist aber eins, wir sehen hier an sich die Korrektur noch am Laufen. Dieser Trend nach unten hin, der ist weiterhin noch intakt. Das heißt, wir müssen definitiv hier über dieses Level drüber. Da müssen wir drüber. Dann haben wir Chancen, wieder Richtung aufwärts mit reinzugehen und dann natürlich schön nach oben mitzulaufen. Also auch hier, wir sind nahe dran, auch hier eine Umkehr zu bekommen. Wir sehen ja hier auch schon einen kleinen Trend unten laufen. Aber solange, wie wir nicht dieses Werk hier oben, also solange, wie wir nicht deutlich über 27.100 Zählern stehen, also hier auch dieses Korrektur rausgenommen haben, sind wir hier noch innerhalb der korrektiven Phase. Rein technisch, ja. Der Markt kann sich natürlich die Bombe einfach jetzt nach oben durchschieben. Nur was haben wir dann? Dann haben wir den Schub nach oben. Er nimmt die Level raus und dann hier nach oben raus. Also die Q ist hier von der Korrektur noch nicht vom Eis. Punkt. Technische Natur, ja. Das muss man immer wieder sehen und auch konstatieren, auch wenn es hier mal ein bisschen nach oben läuft, wenn wir uns den Tageschart mal anschauen, der ist momentan nicht safe, was die Aufwärtsrichtung angeht. Wir sehen das hier. Wir haben hier diesen großen Außenstab hier drüben liegen. Den hatte ich ja auch schon mal besprochen. Da haben wir ein Hoch und ein Tief und seitdem tingeln die Kurse hin und her in diesem Aufwärtsstab. Deswegen ist dieser Bereich hier oben wichtig. Wir müssen hier oben drüber über dieses Hoch bei 27.126 Zählern und dann ist der Ausbruch aus diesem Außenstab gelungen und dann können wir uns eher wieder zur Oberseite orientieren. Solange wie wir das nicht haben, haben wir dieses Hin und Her getingelt und das sieht ja in den letzten Tagen einfach wie ein Seitwärtslauf auf. Das ist ganz klar. Und das ist der Fakt technischer Natur. Wir müssen oben drüber, wenn wir das große Bild traden wollen. Diejenigen, die im Minutenchart oder im Fünf-Minuten-Chart rumspringen, das ist ganz was anderes. Da kann man auch aus diesen Schwankungen etwas rausziehen. Nur das große Bild, die Lage hier, ändert sich wirklich erst dann, wenn wir die besprochene Marke rausnehmen. Das können wir auch begründen anhand der charttechnischen Bilder. Deswegen machen wir hier eine charttechnische Analyse und die Daten sind einfach da. Und der Fakt spricht einfach dafür, solange wie wir nicht hier drüber sind, ist hier noch keine Entscheidung getroffen. Können wir auch ohne Probleme wieder unten runterlaufen. Und eine Sache müssen wir hier immer noch im Blick behalten. Donald Trump. Nummer eins, Impeachment-Verfahren. Nummer zwei, Handelsstreit. Das sind Faktoren, die den Markt deutlich beeinflussen können. Und das kann unter Umständen auch immer wieder etwas eruptive Bewegungen geben. Und solange wie der Markt da keine klare Richtung findet, ist einfach das große Bild aktuell noch in der Korrektur. So, gut. Was schreibt der Ralf? Ralf, du möchtest den Dau gerne unten sehen, damit Gold und Silber wieder ansteigen. Schauen wir mal, was wird und was der Markt hier tut. Das große Bild ist ja noch aufwärts gerichtet. Und so schlecht geht es der US-Wirtschaft noch nicht. Auch wenn wir immer wieder hören, die Rezession wird auch dort kommen. Wir werden sehen. Noch ist es nicht so weit. Noch ist der Markt nicht mega bärisch. Von der Seite her warten wir es einfach ab und bleiben wir einfach hier am Ball, um entsprechend das zu traden, was der Markt uns zeigt. An dieser Stelle, danke für die Zeit. War für mich wieder sehr, sehr kurzweilig. Ich hoffe, es hat gefallen. Die ein oder andere interessante Idee war dabei. Und ich sage an dieser Stelle allen, gute Trades. Los geht's in drei Minuten. Offizielle Markteröffnung hier in Deutschland. Danke für die Zeit und bis morgen. 8.30 Uhr, Block gibt's vorher. Tschüss. Tschüss. Tschüss.